Wir lassen uns auch vor Niederlagen nicht umhauen, weil wir die ganze Saison über bisher gezeigt haben, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind. Das Gute daran ist an der englischen Woche, dass wir schnell wieder das nächste Spiel haben, dass wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken können und dann den Leuten beweisen können, dass wir zu Recht da stehen und dass wir gegen Düsseldorf ein anderes Gesicht zeigen. Für ein Spiel brauche ich mich nicht groß zu motivieren. Ich bin immer zu 100 Prozent heiß. Fortuna Düsseldorf erwarte ich natürlich auch mit ihren Fans sehr, sehr heimstark, aber ich verspreche zumindest, dass wir uns zerreißen werden, dass wir 90 Minuten Gas geben werden mit unseren Wahnsinnsfans, die die ganze Saison uns nach vorne peitschen und zu jeder Minute des Spiels hinter uns stehen und dafür einen großen Dank. Bleibt dran, wir werden es auch tun und dass wir am Ende gemeinsam feiern können. Düsseldorf Düsseldorf